ich möchte nur herausfinden ob ich eine chance habe nicht so wie letztes mal mit fünf leuten und vier davon sind pros die als ich habe gerade bei franzi gesehen im steam da hat es ein award gekriegt für werte letzter in allen mini spielen tatsächlich 0,9 prozent der spieler geschafft da geht schon gut los das ding ist aber das lustige ist das ist eine goldene ja neo müsste würfeln aber ich weiß nicht wie es geht ja ich habe es herausfinden müssen steht ja auch nicht unten ich habe es erst jetzt gesehen ja das ist doch die gleiche map die wir schon mal gehabt haben das ist die halloween map ja tatsächlich also deswegen wir können auch danach gerne noch mal eine runde machen mit einer anderen map wo ich mit den items nicht klar kam weil ich nicht wusste was was macht und da ist die krasse waffe und irgendein nuklear atom an krieg an krieg angriff und der mörder der killer monster jeder hat zwei minuten für seinen zug ich glaube so lange brauchen wir nicht nicht so viel zeit doch na klar geht schon gut los herrke lautex dran das lustige ist mit den kanal punkten kannst du ja ich habe ja richtig schöne jumpscares eingebaut bei den ganzen kanal punkten wenn ihr da mal genug verdient habt können wir mal irgendwas lustiges ich euch raussuchen hörst du das denn also ich höre es halt gerade ich höre es ja ich höre es eingestellt so die hat sich überlegt doch nicht den gleichen weg zu nehmen ich kann so viel hier ein genau da muss ich wieder entscheiden was ist jetzt hat viel hätte es sieht anders aus haas hier ja ich sage ja die haben das umgebaut auch so haben die es ein bisschen umgebaut kann man sich das spielbrett anschauen ja ja aber die faust von goethe schwarzen umhang hast du gewählt interessant schwarzer oder der standard ich weiß nicht ob das standard ist oder schwarz jetzt kommt er natürlich rennst du da draußen rum du blödes vieh richtig so er mag uns halt mag uns wirklich oh oh shit was muss man jetzt hier machen hüpfen gell ducken war es und springen war lehrt hast du ja also ich muss nur lehrtaste und es ja richtig es ist drucken ja das ist das wo achim so krass war ich teste das mal ja ja scheiße ja komm mal her bevor ich versage nicht abstürzen neo nicht abstürzen ich kann nicht nach vorne was 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 ja was ist das für eine scheiße ich dachte wenn man sich tut dann bleibt man gedruckt aber er macht nur kurz er macht nur kurz ja er macht das muss die schmerz herausfinden das ist ja komplett das habe ich genau gehört das habe ich das habe ich genau gehört mit dem streamer bono das war wild ich habe mich einmal vertan ja weil du dann aus dem rhythmus kommt das ist so heftig aber wie herrlich war das jetzt aber nicht letzte was hast du was gesagt nein ach alter ne tschüss ah herrlich ja ich hab's gehört ich nicht ja besser als er soll in stream gehen und reinschreiben ja stimmt schatz du kannst einfach in stream gehen und reinschreiben in den chat deine frage ach quatsch so ich bin jetzt erstmal hier dran was kann mein gegenstand boxen hier ist keine ne ja das ist keiner in der nähe zum boxen ah blut oder schlüssel äh was war keine ahnung schlüssel ja die beiden jetzt gelb oder was ja ja das sind immer zwei felder so neo macht schon wieder eine apothekenbestellung nebenbei was mach ich ne apothekenbestellung nebenbei ne apotheke wie kommst du auf apotheke du kannst ja jetzt shop apotheke machen du alter chemiker echt was was ist das hier musst du klicken ja nein 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 was soll ich jetzt machen was soll ich jetzt machen mein meister ist endlich angekommen ja lese nochmal vor bitte dieses feld gehört jetzt hier was soll ich den eindringen die auf diesem feld landen stehen ihr blut oder ihre schlüssel haha was hat er jetzt angeklickt für was haben sie sich entschieden dass sie sehen wenn du drauf fällst äh latscht ich dachte ich muss blut geben ne 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 nur die anderen das sind jetzt deine felder jedes mal wenn einer drauf kommt kriegst du das also es ist ein gutes feld ach ne mhm jetzt wird er staubsauger zielen ja ich denk an die dinger oh nein was ist das du kannst das auch in den discord sagen springen zielen mit der maus du musst staubsaugen ja du musst äh 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 die äh Mia Danten du musst Mia Danten suchen und diesen Würfel der bringt die meisten Punkte äh 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 so wuuu ich hab zu früh angefangen ja der der Neo hier der alte der Pro-Gamer der ist schon dabei ja was musst du hier machen? Mia Danten suchen wo ist denn der Boden? hier gibt es keine Mia Danten wo ich bin das ist schon absolut abpack ok ja dann ist auch überhaupt nichts ach ja na klar hattest nen Schatz gefunden ich hab nen Schatz gefunden hä? was seid ihr mit euch? da! ich hab ein aber was ist denn einer? ich war die ganze Zeit an derselben Stelle ne? oh da oben da oben noch 14 Sekunden du kompletten komm ich da hoch? zucker ihr habt zu schnell runtergekommen jaaa kann das sein ja huh da ist doch einer der purzelt vor mir runter oh mein der wäre Gleichstand gewesen verdammt ah schön ich höre es nicht selbst am Handy nicht oooh wo war es ja jetzt ein voller Reinfall also ein Jumpscare war es schon mal nicht nee naja wie man es nimmt wenn ich nicht drauf achte aber es blinkt ja links auf hallo meine Schalüsse los komm mal schnell nach dem nach dem Teil links bist du sicher? ja ja da geht der goldene Ding hin ich weiß nicht wo du jetzt drauf landest aber da oh god nein was hattest du? was macht das jetzt? das ist ein Item aber was genau weiß ich nicht irgendein krasses ich bin am Arsch der Welt ich bin am Arsch der Welt was habe ich für Gegenstände? ich habe ja nur geschützt was macht der? achso äh schließen tja abendrot im abendrot hohoho bin falsch gelaufen er kommt immer näher ach du liebes bisschen das habe ich noch nie gespielt wir sind das Gabelstapler Gefahr warte es herrscht Chaos im Lager die Bestellungen stapeln sich und du musst sie schnell wegschaffen benutze deinen Gabelstapler um Kisten wegzuschleudern und den Boden des Lagers freizuhalten pass aber auf dass du nicht selbst weggeschleudert wirst wer ist die Leertaste? das kann jetzt lustig werden also ausreichend wenn ich sehe wie das da rum ballert ach hey Mini ach du Scheiße wir sollen also durch die Gegend fahren und dann mit Leertaste Sachen hochschleudern das Zeug hochschleudern ja sozusagen einsammeln aber nicht getroffen werden wo bin ich denn? da auch schön dass die Namen da dran stehen ah hier Spielerfrau mach gleich wieder Action das war Gold oh Gott ich weiß nicht mal wo ich war ey hoppiste ich ey da aufs Weg aufs Weg das ist alles meine aua das ist meine Gold meine Gold wo bin ich denn? nein oh ich kann nicht fahren Alter weiß ich denn jetzt was meins guck doch nicht nach Ruhig vielleicht was wie? russisch hat er gelernt wirklich? das hat er schon damals bei WUT gelernt ja absolut ich hab auch gelernt Ruhe Ruhe ich weiß noch wer war das? unser Wörm oder? der Wörmis ja ah das war schon cool ich bin immer noch böse dass du dich am Krantreffen mitfasst das war schon ehrlich es tut mir leid ja ihr alle nicht ja wir wollten dich ja mit Dings alleine lassen aber wir wollen das Thema jetzt nicht wieder aufschrauben gewohnt 2 der Gäste okay 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 wer hat's auch Tiffy boah ich bin richtiger Hochstapler das ist wohl wahr ja krass bin ich jetzt als erste mal dran oder? was hat dieses Minigame gebracht eigentlich? na du bist dann als erstes dran und kriegst eine Rakete irgendwie geschenkt du kannst immer so Gegenstände geschenkt ja komm let's go oder? hat das irgendeinen Achteil? nö du ballerst halt Richtung Schatz und gab es alles auf und Richtung Zombie wie mich zum Beispiel das ist ja cool aber nur weil Spielerfrau daneben stand ja wieso eigentlich? hallo Kill-Out-Tech ja weil ich da auch grad noch daneben stand irgendwie wahrscheinlich ich bin mir nicht sicher oh nein ach nein ach na hallo wo bin ich denn jetzt? ach so wieder auf meinem Feld oh nein oh nein oh nein diese ihr habt jetzt beide 16 Leben und 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 wenn es null ist was ist dann? oh alles davor ach Gott im Himmel ich hab eh nicht genug ich hätte ja 40 gebraucht ach so das heißt wenn ich das nächste Minigame gewinne dann ja was passiert wenn es leer ist? die HP? ja bist du tot kommst auf den Friedhof ja also du respawnst dort sozusagen ok 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 ja save die first lieber mal was drüber stülpen wenn er besser ist wenn er besser ist pfup ach so wegen dem Typen oder wie? auch das stimmt wenn du so ein Ding drüber hast dann der schlägt dich dann passiert dir nichts hast du den Lukas mitgenommen mit deiner Rakete ach ja hier musst du einfach nur ausweichen das ist genau ein Spiel für dich Neo warum? weil du auch vorne hinten oben unten achten musst wo die Kanonkugeln herkommen jetzt muss ich wieder mit zwei Händen hier spielen warum ist das gut? warum ist das ein Spiel für mich? ja weil ah genau es wird laut da ist er schon weg hu ok ich sollte es doch nur mit attenzione da sind jetzt so hässliche Flecken am Boden das sind Neos Flecken die stehst du nur so los rum ja was soll denn das? ja die hat gesagt ich helfe mit mach alles rot Karma ich bin Mahnermeister die bleiben immer da unten an derselben Stelle stehen ja unten links ne? ich laufe dir ein Idiot da durch die Gegend und die stehen einfach unten links ja vormel vom Pössl jaaaa sie rennt voll rein na immerhin nicht länger gib's zu du hast nebenbei gegessen deswegen machst du abgelehnt ja essen wir einfach so lecker ja es ist ja es ist nachvollziehbar tülülülül jetzt kann er sich das Ding auch noch leisten ja was leistet er sich jetzt? hä? hä? oh shit da tu ich dir tu ich dir ein bisschen leid wo bin ich jetzt hin? aaah aaah ahja ist ja gleich jetzt noch ne zwölf gewürfelt ist gleich wieder da ach du Drexa hast du jetzt nen Pokal geholt? hallo Trakanus moin moin soll keiner hin das ist anstatt da was zu schade